Also hier Eisen, wir haben ein Problem jetzt. Ja, das Problem ist nämlich, wir spielen gerade 1, 2 oder 3 und das sind die Bälle, die die Punkte anzeigen. Nur geht der Ball jetzt hier nicht mehr aus dem Glas raus. Wie ist er denn da reingekommen? Er wurde einfach ganz normal reingelegt. Ja, das kann doch nicht sein. Wenn er ganz normal reingelegt worden ist, dann geht er auch ganz normal raus. Ja, das ist ja jetzt die Frage, wie wir uns gerade stellen. Ja, und wie willst du das Problem lösen? Da setze ich mich mit meinen schlauen Köpfen zusammen und werde dir die Antwort nachher präsentieren. Ja, willst du da rabiat drangehen oder willst du da intelligent drangehen? Okay, wir hören von dir. Ja, alles klar. Okay, wirklich ein Problem, ein Problem.